Moin Moin und da sind wir wieder zurück bei Guild Wars 2 Path of Fire. Wie immer mit dem Digit Gamer. Hallo. Spure des Waldes. Moin Jan. Leute, kommen Potti oder Chucklin. Hallo. Und mir, dem Fakt of Fire. So, es ist sehr praktisch, dass ich jetzt eine Urlaubswoche habe. Bevor wir hier oben die Story machen, probieren wir mal hier hinten hinzukommen. So, da ist auch eine Witte und so weiter. Mal sehen, ob man von hier oben da irgendwie hinkommt. Das Reis. Das Reis. Oder hier. Hier könnte. Das heißt also, dass er Urlaub hat. Wir produzieren wie am Fließband. Genau. Kurz mal ein Blick auf die Map. Da geht es so weit runter, aber können wir trotzdem, weil da ist eine Sehenswürdigkeit, die wir noch nicht kennen. Hier über die Brücke, glaube ich, müssen wir. Erstmal. Was fehlt uns denn noch? Das hier? Ja, dieses Ding hier ist auch ein Tiny-Punkt und eine Vista. Ja. Aha, so packt er sich ein. Tiny-Punkt, der ist ganz schön hoch. Schauen wir mal. Was war denn auch da hinten? Sehen, ob ich von hier aus springen kann. Jo. Ja. Hey, man sattelt auch ab. So ein bisschen da anschauen. Ja, furchtbare Schlucht über Hydra ist, auch wenn man es hier jetzt nicht sieht. Okay, und Tiny-Punkt nehme ich an, ist... Hier oben auf dem Dach. Ach Gott, da komme ich aber wahrscheinlich so gar nicht hin. Na, ich gehe hoch und bote euch. Ja, da soll ich noch ein. Wo bist du? Wo? Welches Dach? Wo? Was? Wo? Was? Hier, hier. Hochtreppe. Also wenn ich denn irgendwann hochkomme, und dann werden wir gleich abgeholt. Aha, unverlorene Truhe. Das ist ja praktisch. So, Tiny-Punkt. Da, Tiny-Kontaktieren. Ja. Hm. Ja. Ist die Moral ruiniert? Oder will er einfach nur damit angeben, wie böse er ist? Ein bisschen von beidem. Aber der Hauptgrund scheint mir zu sein, dass er einen steten Nachschub an Geistern braucht, die er zu Geschmiedeten machen kann. Wartet mal. Er steckt Geister in Metallhäute, damit er sie rumkommandieren kann? Widerlich! So was macht normalerweise die Infektur. Jemand sollte ihm beibringen, dass der Zweck nicht immer die Mittel heiligt. Nicht mal bei einem Gott. Ihr könnt anscheinend Gedanken lesen. Ich melde mich wieder, wenn ich mehr Neuigkeiten habe. Wir bleiben in Verbindung. Okay. So, schauen wir doch mal kurz von der Ecke hier. Da ist ein Event, wollen wir das mitmachen? Außen und drinnen. Du meinst, das hier direkt unten oder das, was etwas außerhalb ist? Beide, ne? Oder gehört beides zusammen? Hälfte, Priesterin und spreche mit dem Priester. Ja, ja. Hälfte der Karawane und spreche mit dem Priester. Ich spreche mal kurz Priester an und dann... Der Tempel braucht diese Vorräte dringend. Möglich, dass die Geschmiedeten den Weg vor uns bewachen. Wir sollten den Horizont im Auge behalten. Ich werde tun, was ich kann, um eure Fracht zu schützen. Bleibt in der Nähe. Bäh. Welche Richtung? Diese Richtung. Das ist auch so geil in dem Spiel hier, ehrlich. Da rennt ihr erstmal los in die andere Richtung, um dann umzudrehen. Oh, war ich auch schon wieder alt? Wir müssen an den Geschmiedeten auf der Brücke verraten. Hälten wir mal kurz hier. Ohne. Gehen die beide ja vielleicht den gleichen Weg. Wollt ihr unsere Unser ist in Gefahr? Auf einfach, den können wir gleich wieder beleben. Wir können ja zwei, zwei machen und dann machen wir ein bisschen Beteiligung jeweils. Okay. Und das war letztlich bei Ihnen, da hat er so ein bisschen rumgekocht. Oh. Oh, die holen aber rein hier, ey. Ja, ja. Danke. Bitte. Mach dir Stärke, du wächst an. So. Da ist ein Sandhaufen. Meine Gott. Dieser Karab, diese Karabane, aber... Okay, jetzt kommen aber auch nicht mehr so viele Angreifer. Oh. 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 Silber. So, das hier ist abgeschlossen. Ja. Ui, Zwiegeschlüssel. Holen euch ein. Ja, schön. Das war eine Drohung. Kein Verbrecher. Da war die? Nee, ja. Da vorne. Ey, ich jetzt gerade in die Freundesliste und jetzt so. Ja, super. Ja, man muss doch... Ich stehe nahe bei deinen Freunden und noch näher bei deinen Feinden, ne? Weißt du doch. Das ist... ...deh, viel nahes zu sein, ja. Oh, dieser Surfer. Oh. Oh. Autsch. Aber wir leben noch. Sehr schön. Balthasar's Truppen stehen zwischen uns und dem Eingang zum Tempel. Na dann holen wir uns noch mehr Seite. Genau. Oder die uns. Eins von beiden. Oh. Zu viel. Oh. Ah, die Solle der Wand. Okay, ich bin gleich ganz down. Ja. Wobei ich kann von der Wegmarke herkommen. Ja. Ja, du kannst auch kurz warten. Oh, was? Wie schnell genug bin. Okay, Metzl. Ist auch im gleichen Amboss in der Nähe. Brauche ich gar nicht. Watt schon alle weg? Die sind weg, ja. Ja, wegen meiner Vorarbeit. Ja. Nee, ich geleite keine Flüchtlinge. Tut mir leid, das ist mir hier... ...zure Bestandardarbeit. So kann man hier, glaube ich, auch die Map erkunden. Unten Legende. Runterspringen. Ja. Sofort. Ja. Mitmachen. Wo seid ihr denn? Wo ist denn die Legende? Ach, da. Hier unten in der Mitte. Au. Ich bin noch tatsächlich... ...abgelandet. Au. 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 Hinter uns eine Hydra. Wer hat denn die Hydra mitgebracht? Äh, Ü. Ja, das war ganz schlecht. Danke. Auch wenn die schon wieder... Ah, diese Hydra. Ah. Alter, Verwölter. Fahr doch neben dem Kreis. Komm, wir hat er die Sterne verliehen. Diesen Ort zu verteidigen. Ach, diese Scheiß versteinern auch, ne? Ja, das geht ja richtig auf die Müsse, ey. Da gibt's noch Schlimmere. Nein, 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 nein. Oh, wie lange man vor allem auch am Boden liegt. Der muss halt einen Stunbreaker mitnehmen. Also einen, der das unterbricht. Ach, das war eine Stille. Beschleunigt den E4 oder sowas. Wenn du mal kurz außer Kampf gehst. Oder Blitzreflexe. Oder ein Siegel. Gibt auch Siegel, die das machen. So. Die anderen Leute haben es aber mitgekriegt. Wir kriegen hier noch ein paar... ...bisschen Verstärkung rein. Zum Glück ist die Wege. Kann jemand mir mal helfen beim Hochretzen? Ja, ich wollte gerade und bin selber auch nicht. Dann 243. Ich glaube, ich komme bei dir gar nicht schnell genug hin. Ich probiere es aber keine... Keine. Oh, hier ist ein... Oh, hier sind wir, der Stürmer. Lass, 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 lass. Ich bin tot. Oh, das wird nichts. Halbe Minute. Ja, aber es kommen neue Leute hier ran. Das wird schon was. Ach, 23 Sekunden oder? 23 Sekunden, ja, nee. Nee, nee, das wird nichts, nee, nee. Heute ist auch eine Hydra wieder. Die habe ich diesmal nicht mitgebracht. Boah, schuldet das mal hin. Ja, das sind halt generell immer viele in der Nähe. Ja, das ist, wenn die Legende gestartet wird, durch Engwen. Ja, ist ja als Kopfgeld gestartet worden und der hat gar keine Leute da, ja. Und fängt dann einfach mit so ein paar Leuten an, das wird meistens nichts. Ja. Na gut, dann können wir uns eigentlich wieder hochporten. Ja. Flup. Es gibt auf jeder Map mindestens drei Legenden und 15 Kopfgeld-Jams. Oh, wir sind ja. Wollte ich eigentlich nur zum Amboss finden, um... ...und nächstes Event. Ach, nur, da haben wir uns das auszuschreiben, so ein Event hier ist, ist das wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Aber, fangen wir ja mal. Hier, hier ist jemand Bucky, ey, geil. Was ist da? Da war eben gerade so ein Gegner, Bucky. Da ist immer vorwärts und zurückwärts gelaufen. Ich werde euch recht. Ich werde euch recht. Wer hat die Tanks? Das Ende ist nah. Volltreffer. Ich werde euch alle verdichten. Oh, Alter. Ich gehe mittlerweile immer zuerst auf diese Präzision schützen. Die sind... Ich treffe ihn nicht mal, der ist aus der Reihe... Ach, Alter, ey. Ja, töte mich. Von allen Seiten kommen Berichte über Kreaturen, die von Lee-Energie in den Wahnsinn getrieben wurden. Werdet ihr helfen? Ja, wir treffen sie aber ganz gut weg, ne? Ja, das klappt im Moment. Ja, und das hat sie im Moment, glaube ich, uns versehen, auch voll. Obwohl... Man muss ja nicht nochmal, ne? Champion. Champion. Ja, genau. Meine Güte. Schmeißen, aber auch alles mögliche gegen uns. Und wenn wir hier haben, haben wir nichts stärkiger anhalten. Wann? Ah, herzvoll. Ja, einen noch wiederbeleben jetzt. Geht doch. Ist doch gar nicht so schwer. Ja, ich glaube, wir müssen nach vorne raus. Ja, kurz hier beim Amboss, der sich gerade wieder herstellt. Wir wollten da aber ja noch gar nicht raus. Nee, wir wollten nach oben ein Stück und dann links. Oder? Genau. Schauen wir mal. Ich glaube, das müsste doch hier durchgehen. Ja. Ja, ja, das geht hier durch. Mithril, dann mach mal mit. Ach, Mithril. Lohnt sich nicht mal mehr zu verkaufen? So toll, der Preis gesunken, oder was? Ja, alle Preise sind im Keller. Ja, mit den Updates, das pendelt sich bald wieder ein. Das glaube ich nicht. Du kriegst hier zu viel. Wenn du hier viel unterwegs bist, du kriegst irre viel Mats. Ja, und vor allem auch das antike Holz, ne? Ja, also so viel wie hier das Zweck abrumm stehen sehen. Du kriegst das volle Massen, ja, ja. Hier hinten schon wieder Ori. Hier gibt's alles, ja. Glaub mir, das pendelt sich ein. Das war bis jetzt immer so. Da bringen sie irgendwas Neues raus. Irgendeine Rüstung oder ein Schwert. So, da hinten ist das Tor, wo wir für die Story dann hin müssen, ne? Genau. Aber wir müssen aber hier... Wir schauen noch kurz, ob wir da zu der Vista-Sehenswürdigkeiten kommen. Ja, kommen wir überall hin. Wir können auch noch den Beherrschungspunkt da hinten holen. Beherrschen? Oder da, wo letztes Mal der Sand war, weil man kann von hier rüberfliegen. Da muss bloß Lucky uns ein bisschen porten. Okay. Ich muss rüberkommen, ne? Du musst nur hoch genug kommen. Hier kann man ja einfach rüberspringen. Ah, scheiße! Hast du die Gazellen angelockt? Ja, ich kann mein Vieh nicht holen, ey. Ne, wenn du im Kampf bist, kannst du es nicht holen. Ne. So, jetzt aber. Und los geht's. So, dann die Schweinebacke. Dann, dann die Schweinebacke. Da, woher wollen wir hin? Äh, wir runter, ne? Das Panorama hatten wir letztens geholt. Da ist eine Hydro auf uns aufmerksam geworden. Die hier, ne? Die brauchen wir alle, ne? Ja. Und dahinten ist auch noch einer. und den kriegt man auch denn da ist auch noch was ja ach so ja das stimmt wenn wir sehen dass hier wegkommen erstmal ganz viele mücken ja einfach mal umgehen mit ruhe mit ruhe war hier eben da hast du einen schlüssel ja ich habe einen kredite wo wir hier kurz ich er weg machen ja nicht unterfallen so und da wir können erstmal das da oben nehmen das ist ja das ist ja aus dem ersten teil gwe1 dann musstest du dein dingstuch besiegen deinen schatten ja ich glaube das ist aber nicht genau dieser ort doch glaub mir so bevor wir aber weiterlaufen holen wir uns die truhe sage ich danke fürs zuschauen bis zur nächsten folge tschüss Tschüss.